ich bin exokon willkommen auf meinem kanal und so combat master ja was ist combat master combat master ist ein shooter so ähnlich wie counter strike call of duty modern warfare oder zum beispiel rainbow six siege obwohl rainbow six siege ist wirklich ein alter kreis neben den anderen zwei und vor allem neben der geschwindigkeit von dem spiel das spiel ist ein port mobile device also von android und ios und hat ein paar ecken und kanten mir wurde das spiel empfohlen und ich glaube der der empfohlen hat der bereut das jetzt schon dass ich mir das angucken es ist wirklich ein schwieriges thema immer bitte davon ausgehen in der gesamten review ich spiele das am pc mit maus und tastatur und habe fast kein technisches limit also im vergleich ja aber mit dem port habe ich keinen technischen limitierung das spiel ist limitiert dadurch dass es eben auf mobile devices laufen soll und für den pc ist das suboptimal optimiert es läuft sehr gut ja aber es sieht auch entsprechend aus ihr seht auch schon vielleicht das spiel besitzt eigentlich fast keine kantenglättung ist nicht drin und vielleicht wird das auch noch kommen es wird von alpha bravo entwickelt einem entwickler also es ist gleichzeitig entwickler und publisher die das spiel als theoretisches eine adresse aus den usa kann ich aber glaube ich bei den übersetzungsfehlern nicht nachvollziehen und ich würde jetzt sagen okay auch die haben das durch einen google translator gejagt aber manche wörter die kennt man die sich ergeben aus eher dem asiatischen raum ich würde eher behaupten die haben irgendwo eine briefkastenfirma in den usa kann durchaus sein und somit ist das so gegeben jetzt sagt der entwickler auf seiner homepage no everyday update downloads das ist ja auch top will ja auch keiner weil gerade die kids die das irgendwo auf der in der schule auf der schulbank sich aufstellen und vielleicht mit dem controller dazu kommen wir gleich spielen die wollen ja auch nicht ständig irgendwo an der leitung nuckeln sondern das game zocken das ist ja okay aber es ist halt sehr komisch weil wie wird das spiel abgesichert gibt es ein anti-cheat tool anti hacking sonst irgendwas wer ist dafür verantwortlich wo stehen die server man kann übrigens hier wenn man reingeht unter option da kann man die kundenregion auswählen kundenregion sprache deutsch ihr könnt ihr auch auf englisch umstellen stellt um gottes willen das spiel auf englisch um gottes will stellt es auch um 27 millisekunden war es okay grafik er lässt auch nicht zu man muss wirklich auswählen erst dann kann man klicken ist bei mir alles auf ultra auf hoch hat keinen einfluss am pc da steht dort auch unten links während des gamings ultra grafikeinstellungen aber das ist im spiel egal aber wie gesagt dazu gleich mehr wir haben auch als lustige übersetzung zum beispiel führer ich würde jetzt mal behaupten das heißt leader also jeder der im squad das krönchen anhat der ist der squad leader und hab wenn man auf hab klickt öffnet sich ein browserfenster mit einem youtube link und dort habt ihr youtube videos von anderen youtuber die zeigen wie das spiel funktioniert dass es gott gegeben ist dass es der beste shooter ist den es die gott und welt gesehen hat ist es bei langen bei weitem und langen überhaupt nicht also kann ich nicht nachvollziehen auch das versprechen dass das spiel wirklich immer flüssig läuft ja aber es hat trotzdem lex was halt komisch ist und wir haben wie ihr seht schon ein chat hinter mir er ist auch relativ schmerzfrei also nicht irgendwie so viel beleidigung oder sonst irgendwas was man sonst kennt eigentlich die community scheint relativ entspannt zu sein im moment und wie auch seht die felder sind meistens immer zu klein freund hinzufügen ad friend war da wahrscheinlich oder sowas oder ein paar asiatische zeichen irgendetwas aber auf deutsch funktioniert das nie das beste beispiel war schon immer oblivion was und bitte sagt es waren grauenvoll wo es rauskam weil viel zu kleine buttons keiner hat mit gedacht dass die welt ein bisschen größer ist als nur der us markt ja was aber auf jeden fall einem auffällt wenn man reinkommt ins spiel das oft genug schon direkt angepriesen wird hier wird ein gehackten account haben ich habe ein paar cheats oder sonst irgendwas das ist eine tagesordnung kommt immer wieder vor und deswegen oft auch die meisten die bei mir zum beispiel drin sind im chat sind spanisch sprach ich und es gibt in der vergangenheit so ein kleines problem mit südamerikanischen spielern russischen spielern chinesischen spielern pubg spieler kennen das problem von früher weswegen heutzutage oft wirklich die regionen diese regionen extra regionen bekommen und nicht mit an den kindern mitspielen dürfen weil ja auch in deutschland wird sehr viel gecheatet und gehackt und sonst irgendwas aber dort sind das ja ausmaße biblische ausmaße also ich verstehe also das cheaten und hacken von spiel verstehe ich sowieso nicht weil wenn man nicht drauf hat dann es wird nicht besser wenn man steht also ja aber das ist eine komplett andere geschichte muss jeder selbst für sich entscheiden dann würde ich sagen gehen wir in das spiel rein wir gucken uns eine runde an und dann gucken wir uns das menü weiter an da gibt es nämlich viel zu bequatschen und ihr könnt ihr euch schon direkt entscheiden ob ihr das spiel spielen möchtet oder nicht ihr habt hier direkte links das ist ein button das ist ein button das sind alles buttons wieso das hier leuchtet und nicht als button markiert wird unos unos wir können hier direkt auf spielen drücken da sind wir schnell in schmeißt er uns in irgendeine runde der standard league weil das spiel ist in drei liegen eingeteilt dort könnt ihr auch in der leaderboard hochklettern und dann haben wir tägliche herausforderungen um hier sachen freizuschalten und dann könnt ihr euch das je nachdem wie viele sachen hier freigeschaltet habt diesen gratis dieses gratis paket freischalten zum beispiel holen sich hipfire kills also dass das nicht übersetzt wurde das finde ich echt interessant holen sie sich kills in der luft und ihr habt auch hier schon xp feilchen xp munition und xp karten das ist eine sehr interessante sache und oder benutzer definierte spiel wegen rein zimmer verlassen also lobby verlassen ist zimmer verlassen zack wenn wir möchten wir haben privat gelände also runter von meinem privat gelände das ist eure privates spiel oder öffentliches spiel dann können wir eben die premier league spielen die meister league das ist standard oder hardcore bleiben auf meister dann haben wir modus team deadmatch todeskampf also deadmatch wettrüsten gefällt gerade das deutsch also das deutsche äquivalent gerade nicht ein das ist da wo man man startet mit einer waffe meistens mit einer pistole tötet einen kriegt eine andere waffe tötet einen kriegt eine andere waffe und so weiter und so fort als es jemanden auffällt einfällt kann er gerne in den kommentaren schreiben besuchen und zerstören ist meistens bombe platzieren combat masters eine abwechslung ist eine abgewechselte version von denen die sich angepasst haben dann können wir drei minuten fünf minuten acht minuten 13 minuten wie sie auch immer 13 eine ahnung maximale spiele anzahl 6 maximal sind zehn die haben das auch vor kurzem ich glaube anfang des jahres glaube ich 20 23 kam dann patch dass sie das hoch gestellt haben früher waren es drei gegen drei maximal oder sechs im deadmatch jetzt sind es 10 darauf sind sie ganz stolz ab auf mobile devices ist es auch schon ein bisschen herausfordernd übrigens auf steam kam das spiel erst im juni glaube ich 20 23 raus also nicht so lange her dann haben wir spielemarker ja nein bots aktivieren ja nein was schwierigkeit wenn wir das mal so die spieler die mitspielen deren schwierigkeit ist meistens auf dem bot niveau von counter strike war das 0608 ersten bots p p p auch nicht an wem der name der bots damals einfällt gerne in die kommentare schreiben sie planen aktivieren ja nein zip lines sind den meisten nicht meistens an manchen leveln kann man sich quer durch das level hin und her leiden an der decke sozusagen entlang an zip lines kurz und quer ganz lustig öffentlich immer die plattform auto oder jeden erzwingen das ist auch so ein netter punkt gehen wir auch gleich darauf ein auch hier liga fotos karte haben ein paar karten haben wir uns galerie nachkommen hangar u-bahn kraftwerk bauernhof zughof wald schwimmbad ägypten highlights lagerhaus ihr seht schon nicht alle karten sind für zehn leute sondern manche auch für sechs weil auf manchen karten wäre das entweder zu eng oder sechs wären zu wenig aber meistens ist es optimal mit dem wert der dort dran steht wir gehen jetzt aber einfach mal wir verlassen das zimmer und gehen einfach auto irgendeine map schon reichen und dann gucken wir uns den rest an wir spielen auf einer kleineren karte mit nur sechs leuten ihr seht auch schon hier rang 20 rang 32 7 16 wo alles spieler mit maus und tastatur und ich habe meine mp5 so also exo ist nicht der beste counterstrike spieler das garantiere ich also jeder der mit mir counterstrike spielen möchte dann sollte ich das bitte zweimal überlegen und dann nicht weinen obwohl ich counterstrike seit etanol sechs spiele und da auch skins und sonst irgendwas alles im koffer habe ich habe die auch wert keine ahnung vielleicht irgendwann werde ich meinen uhrabend damit finanzieren ihr seht unten links also ich lade jetzt nach ja er springt vor mir aber noch mal zurück unten links grafik qualität ultra also ob dies ultra ist ich weiß es nicht es ist wirklich reines spray 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 wie es auch immer halt wir gucken mal rein die spielen eigentlich alle mit maus und tastatur bis auf den ersten der spielt mit controller auf steam und man fragt sich wie spielen die leute das also wie können die so schlecht sein also wenn ich schlecht bin dann bin ich ja wieder gut also das ist ja wie negation minus und minus oder plus und plus links seht ihr übrigens wie gekillt wird das gesehen black und das liegt nicht an meinem rechner ihr seht das auch oft genug an anderen spielern dass die auch legen wieso ich jetzt hier gerade so auf der fast aus der hüfte feure es ist absicht seht ihr das egal ob ich anlehne oder also über kinder form also nicht mal mit einem laser visier oder sonst irgendwas einfach in die brust habt ihr es gesehen das spiel scheint keine treffation zu kennen und vor allem was das schlimme ist das spiel es war eine zeit lang wirklich schwer das darzustellen wohin der spieler guckt wo seine waffe hinguckt also dass ich das sehe was der andere spieler gegenüber sieht in dem spiel nicht gegeben also da würde ich gerade was drauf verwenden mein arsch drauf verwenden und es scheint auch wirklich keine treffation zu haben egal was für eine waffe ihr benutzt ob das ist ein shotgun ist oder eine mp5 oder sonst irgendwas das ist völlig egal der damit scheint wirklich gleich zu sein und wie gesagt noch mal in den top 3 das ist sehr sonderbar normalerweise exo immer in den top 3 im spiel aber wir gehen gleich noch mal in eine runde damit ihr euch das noch mal anseht und dann machen wir mal hier sind wir im lagerhaus team deadmatch guckt euch mal das an ich meine dass man könnte sagen okay das ist egal das ist ja es ist halt nur ein mobile game und wer es spielen möchte unbedingt mit seinen kumpels die es auf mobile spielen oder die sind gerade in der schule und spielen das irgendwie am schultisch was sie nicht tun sollten und ihr seid zu hause dann könnt ihr das entspannt am pc mitspielen why not why not also ich würde stark behaupten dass in diesem spiel trotzdem noch sehr viele bots unterwegs sind trotzdem auch wenn das spiel uns anzeigt nein es sind eigentlich keine bots doch und lustigerweise ist auch jemand zum beispiel der der skin der radar skin also das mädeln mit dem motorrad helm und den öhrchen ist immer dabei also so ein skin ist immer dabei als ob das spiel euch zeigen wollen würde hey hey ihr seht den skin ihr kauft den skin und was zum beispiel ein für auffällt wenn ihr bestimmte karten immer wieder spielt es ist irgendwie immer sonderbar als ob wirklich der gleiche spieler also zum beispiel hier die hello kitty der hello kitty verschnitt läuft immer über auf den dächern also ihr kriegt sie tot ist es nicht so dass sie nicht und dass sie unsterblich wäre genau jetzt ist zum beispiel tot aber sie läuft immer über den dächern was halt auch sehr komisch ist als ob wirklich jede person die diesen skin trägt immer die gleiche route nehmen würde na klar hätte ich den skin würde ich auch immer auf dem dach rumlummern damit jeder seht ich habe den großkind ihr seht aber auch dass die leute halten auch nicht viel aus da war ich mal in den respawn bereich von denen rein was noch ein zusätzliches problem ist von dem spiel ist dass die respawn bereiche oft nicht geschützt sind auf vielen karten kann man von der einen seite zur anderen da ist halt nur eine kurze wand aber man kann fast wenn man sich kurz bewegt schon rein ballern und das ist ob das fair ist schwierig also wie hier er zum beispiel er könnte direkt bei mir rein ballern in die meine startphase jetzt probieren wir mal ein match mit zehn spielern aus und ihr seht da wird ja immer das symbol hier haben wir zum beispiel ein sehr gutes beispiel ihr seht in der matchmaking übersicht maus also maus tastatur steam dann habt ihr zum beispiel der vierte von oben ist controller und google also android darunter ist einer mit einem apple gerät iphone oder ipad und darunter sieht es ähnlich aus ihr habt auch manchmal einen steam user mit einem controller das heißt er spielt wahrscheinlich auf einem steam deck oder am pc mit controller jetzt wollen wir uns wahrscheinlich hoffentlich nicht alle streiten dass ein spieler mit einem mit einer maus und tastatur am pc immer schneller sein wird egal ob einer auf mobile spielt oder auf einem auf einem pc mit controller da gibt es überhaupt nicht diskutieren das ist einfach fakt das ist nicht irgendwie eine meinung sondern das ist fakt also technisch physikalisch klar das war lustig er hat sie gerade mit einem morgen stern gemässert das problem ist bei den leuten die mit tablet oder handy spielen man sieht richtig wie die auf ihren spiel unterstützt ja auch volle controller und hat volle kontrolle unterstützung für mobile devices was auch sehr cool ist aber vielen merkt man dass sie wirklich dieses weiten machen also auch mit dem daumen über den bildschirm rutschen und dann laufen laufen die auch so immer und drehen sich auch so meistens in der gleichen achse was also man kann hinter den herre laufen die anschießen die merken das nicht also theoretisch siehst du die blut tropfen die eben wenn ich an der seite einfach drauf fallere siehst du dass die das blut spritzt seite weg reagieren da gar nicht drauf weil oft genug würde ich mal behaupten spielen dass irgendwo auf einem schoß auf einem kleinen display mit einer hohen auflösung was sollen die da sehen es sind pixel das ist dann nur noch pixel frei also in counter strike wäre schon längst abgelost aber hier kann es immer wieder laufen immer wieder leute abknallen und es ist egal in welche körperstelle man schießt ich latte einfach mal einen rasiert oben am bildschirmrand seht ihr wie viele noch vom gegnerischen team bei uns übrig sind wir haben eine bombe gelegt muss entschärft werden oder halt gelost links oben seht ihr wie viele runden zu spielen sind und rechts meine waffe munition und granaten und hinter mir ist gar nichts außer der versions nummer des spiels und dass ich halt in der mittleren league spiele wird gesehen er hat ein zweimal mich getroffen aus nächster entfernung das ist also so krass habe ich das noch in keinem spiel erlebt es mag sehr flüssig laufen wahrscheinlich auch auf allen mobilen geräten deswegen macht das spielerlebnis nicht besser ihr seht auch wie klumpig die figuren sich bewegen und oft genug hat es nichts auszusagen ob jemand jetzt level 49 ist oder level 6 so wie ich die können genauso schlecht oder genauso gut sein und ihr seht zum beispiel in meinem team der mit dem controller oder der mit dem mobile device der punkte unterschied der punkte unterschied ist das welt auf unten der eine der mit maus und tastatur spielt ja er ist level 4 das heißt okay könnte man sagen er ist wirklich anfänger ja genauso wie ich aber die anderen völlig abgeschlagen also ob das wirklich spaß macht so ein spiel zu spielen mit zusammen mit den anderen leuten die einem eigentlich fast immer überlegen sind selbst wenn sie wirklich komplett in loob sind machen sie immer noch mehr punkte als du weiß ich nicht solche fehler passieren auch öfter also das spiel ist weit entfernt von fehlerfrei dann bekommt ihr am ende natürlich eure xp darauf passiert ja das ganze gesteigt dem level auf ich habe jetzt ein neues benutzerbild freigeschaltet neuen aufsatz für die waffe freigeschaltet und ich bin ein stück weiter im battle pass vorangekommen und das ist immer eine interessante runde gewesen dass die high end leute wirklich vorne waren ich zeige euch nachher mal eine runde dass es nicht immer der fall ist gehen wir mal zurück und raus ok was haben wir noch in dem hauptmenü wir haben das hier abgesprochen dann haben wir hier den chat ja wir haben hier oben haben wir das neue bundle oder die neuen bundles die durchgesleit werden das sieht auch echt affentitten geil aus was die euch zeigen es soll richtig so anheizen ey guckt euch mal an das sieht im store so geil aus das willst du haben das willst du unbedingt haben und für einen kleinen preis für dein taschengeld ist das problemlos dann haben wir eine freundesliste für alle die sich wundern weil manchmal hier wie unten gerade player ist hashtag bla 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 wie sie ihren namen anpassen einfach reingehen und dann die euch den namen ändern bestätigen jetzt kommen wir zu denen interessanten dingen wie zum beispiel season 1 das ist diesen 1 weil das spiel erst kurzem auf steam erschienen ist und somit haben sind es diesen gestartet wir können ihn battle pass kaufen und ihr seht schon unten so das typische system alle paar schritte am anfang ist es mehr dann wird es immer weiter entfernt bis ich was for free krieger dauert schon viel länger viel länger viel länger aber es gibt auch so coole sachen wie zum beispiel diese chiquita bananen verschnitt ammo für magazine das sieht total ultra putzig aus auch hier dieses logo für den eigenen charakter sieht auch cool aus aber es sind halt ja die sind hinter einer paywall das ist ja normal gibt es an jedem anderen spiel jedem dritten shooter hat das ja mittlerweile integriert und battle pass egal ob das zum beispiel auch diablo oder chivalry 2 ist alle haben battle pass jetzt gehen wir hin und kaufen uns diesen battle pass der kostet 5 dollar schlacht pass battle pass erhalte die zugang zu allen 100 ebenen 100 ebenen ist schon cool erhalten sie zugang auf alle 100 ebenen und color gelb überspringen sie zehn stufen sofort für sieben dollar das heißt wenn ihr zwei dollar also theoretisch wahrscheinlich dann zwei euros war ein bisschen 6 euro 70 wollen sie dafür haben dann bekommt ihr halt den battle pass das ist ja okay also ihr bekommt ja schon was ihr alles freischalten können das ist ja okay ist okay dann bekommt ihr hier noch hier gibt es auch noch sich zu denen waffen skins und waffen gibt es noch so was wie 45 minuten rang xp oder 45 minuten waffen xp oder 45 minuten bp xp aber dann gibt es auch noch 30 minuten rang xp okay also das ist euer battle pass er macht klar er macht auch auf mehr er geht dann auf vorschau und das sieht schon echt cool aus also die waffe wird euch richtig geil vorgezeigt also die grafik die erinnert mich an saints raw also vom weiten wenn ihr das wahrscheinlich auf einem mobile device seht dann sieht das auch echt affentitten geil aus wenn ihr dann nah so wie ich es davor sitzt 40 50 60 zentimeter von dem bildschirm entfernt und dann sucht ihr heran und seht dann dass ja das sieht nicht so doll aus also das ist für das spiel ist es okay aber grundsätzlich ich meine klar es gibt auch noch jede menge andere pc spiele die noch schlecht aussehen aber naja so und wenn man dann da drauf geht dann kann man auch noch sehen dass zum beispiel die dual uc am neuen aufsatz ihr könnt optiken drauf machen neue schulterstützen neue trigger griff also grips neue visiere das ist schon echt cool gemacht und da habt ihr echt viel auswahl ihr habt auch nahkampf waffen das ist auch super cool aber es kostet halt geld was erstmal auch nicht so schwer ist oder so schlimm ist zusätzlich habt ihr jeder der anfängt hat auch einen freien pass weil hier gab es einen ist auch natürlich hinten so ein und store könnte man sagen wo man die sein kaufen kann und hier gab es auch ein freien ein ukraine so ein ukraine pack deswegen auch mein charakter zum beispiel so ein handgelenks band der farbe und mein charakter hat hier diese flagge ukraine insgesamt mit der das finde ich schon cool die krim gehört ja zu der ukraine aber ihr könnt euch auch zum beispiel dieses pack kaufen open pack 6 dollar das ist das was ich zum beispiel meinte das neueste mit dem dem hello kitty helm das ist schon echt cool 6 dollar und die haben natürlich auch zu jedem ein promo video um euch das noch schmackhafter zu machen auf dieser karte waren wir erst eben und es angeguckt was cool ist wirklich dass es mit allem gespielt werden kann ich wundern dass die qualität des videos so schlecht war so pixel ich aber das ist liegt daran dass das spiel wirklich ultra klein ist also es ist so klein auf dem pc und dadurch sind natürlich die videos mehr komprimiert und dadurch dass die qualität ein bisschen schlecht aber das ist auch nicht so das problem und ihr kennt bekommt hier für eure 6 dollar bekommt ihr eben einen neuen operator sieht auch cool aus auch wenn er jetzt nicht so detailliert ist also ihr seht schon am rucksack zum beispiel dass die texture nicht nicht so doll ist die haben geguckt wo sie texturen reinsetzen also wirklich wo macht man das am besten dass es den spielern nicht zu sehr auffällt das ist schon relativ gut gewählt also ich zum beispiel eine uhr das hier ja und dann haben wir wieder hier zum beispiel eine stunde rang xp double xp token kriege ich dann kaufe ich da xp was ist denn das abgesehen davon dass die überall diese probleme haben dieses bündel waffe haben color fe xcode rabbit racer und und runden das sollte auch mal jemand fixen eventuell aber die updates wie gesagt kommen nicht so oft auch wenn es jetzt besser geworden ist dann habt ihr noch ein polar star oder ein desert cobra phoenix rise red storm type racer die typen haben wir eben gesehen haben wir weg die ganze weg geknallt kalface dual katanas könnt ihr euch kaufen oder coming soon da kommt noch was demnächst aber dual katanas in welchem spiel kann man dual katanas spielen das ist ja toll okay dann wir haben jetzt den season pass gesehen dann gehen wir weiter auf waffen sätze bearbeiten ihr könnt euch waffen sätze zusammenstellen drei stück habt ihr die möglichkeit und dann entweder eure hauptwaffe eure zweite waffe fähigkeiten tödliche also granaten zum beispiel oder eine taktische fähigkeit dazunehmen chef ist auch noch eine andere möglichkeit oder das da der pistolen kommen später dann können wir auch noch modifizieren riesig sauer das ist schon cool ich frage mich echt ob sie die lizenzen für die ganzen waffen haben dass du das so wirklich die marken benutzen können aber vielleicht will das jetzt nicht hinterfragen dann können wir das ganze auch noch farblich anpassen camouflage farbe schon panette oder hier eben aber da muss ich sagen selbst schatterlein hat schönere also nicht selbst das klingt so abwertend ein schatterlein hat schönere das ist auch kostenfrei im pc wenn ihr einen guten shooter sucht und dann können wir nahtlos das finde ich echt cool guck mal hier sind wir sind im menü dann gehen wir auf schussweite also einen schießstand und dann können wir die waffe probieren da seht ihr zum beispiel auch mein armband ein gelb blaues blau gelbes ukraine armband mit dem dreizack da gehen wir ran und sehen die grafik ist ja sie ist schon gut aber sie sieht halt so half live 1 niveau aus das auch dann gehen wir hier dran wo ist das gestochen scharf randomisier was auch immer dann kommt master logo mobilität kontrolle bereich genauigkeit schussrate schaden das ist schon das ist dann schon wieder echt genau weiß ein hässchen ist ein bonus kann man abschießen dann haben wir hier zum beispiel neu starten wir haben das angeschossen auf die zeit runter dass wir den parcours durchlaufen können das ist echt cool gemacht nahtlos das ist übrigens eine zip line die wir benutzen können zum und das auch mit hin und her zu rutschen dann haben wir ein schießstand und er sagt uns die distanz in der wir uns bewegen oder entfernen darauf zu laufen es ist einfach mega cool also das ist das ist echt cool gemacht dann gehen wir nahtlos wieder zurück und wir könnten mit jeder waffe auch mit der direkt rein das läuft hier gerade ab 20 sekunden wieder zurück und das war unser waffenarsenal könnte man sagen dann hatten wir hier noch oder unsere anpassung unserer ausrüstung ketten ketten auswahl töten so einen geilen also so eine benennung hatte ich noch glaube ich noch nie erlebt sechs rotierende fässer um die schlacht zu dominieren der minigant fällt wenn der bediener stirbt und das sind halt so typische sätze die man eben nicht aus dem amerikanischen also im englischsprachigen kennt sondern aus anderen ecken der welt das klingt komisch übersetzt das klingt falsch übersetzt würde man das aus dem englischen deutsche übersetzen über google übersetzer kommt das nicht raus definitiv nicht und deswegen ist das komisch wo auch immer die das gemacht haben so wir haben hier dann sozusagen töte drei töten und dann gibt es irgendwas besonderes sieben töten mit der minigun 14 töten gibt es einen atomschlag gutet equipped würde ich mal behaupten soll das bedeuten also das sind so wie kleinere perks man mitnehmen kann dann haben wir hier die armbänder die man auch noch armbände sind was tolles besonderes in dem spiel aber wieso nicht manche haben halt die charms an den waffen hängen da finde ich das mit den armbändern sogar eine bessere idee weil ich will doch nicht die ganze zeit in der hacke presse so ein scheiß teil vor mir rum baumeln haben mit was auch ich was auch immer das ist also für jeden dem das gefällt es soll er damit glücklich werden mich stört ich will kimmelkorn oder visier oder die waffe sehen da ist der gegner wettknallen weiter aber nicht dann noch irgendwas rum bimmeln haben also wer auf die idee überhaupt gekommen ist und wir haben noch unser arsenal wo wir alle waffen sehen also zum beispiel sturmgewehre banana es gibt schon echt eine menge dann haben wir auch noch die ganzen smgs rotflinten scharfschützengewehre aber hier zum beispiel zum scharfschützengewehr es lohnt sich in dem spiel eigentlich nicht zu zoomen macht keinen sinn also auf der hüfte mit dem scharfschützengewehr trifft ihr genauso weil kaum hitboxen vorhanden pistolen nahkampf schon echt coole nahkampf waffen da haben sich echt ausgetobt da habt ihr eure dual katanas und alle anderen die zum beispiel kurzschwerter centurio schwerter oder sonst irgendwas doppelschwert gibt es auch was ist natürlich geld und speziell kleinen raketenwerfer tödlich granaten messer zum werfen säure darts er kommt auf die idee darts mit säure aber bin ich auch schon mal von getötet worden deswegen coole sache kampf upgrades gibt es noch rob mit diesem inhalt kommt im nächsten update dann haben wir unsere ganzen operator ranger ist der standard in den anfang dann nach a level schaltet ihr blitz frei die weibliche variante dann habt ihr gegen bezahlen im pack wiper eilen schädel gesicht echo jägermeister schattenreiter lisa links echo elite kostet alles geld müsst ihr alles geld bezahlen dann haben wir hier wie schon eben erwähnt die ganzen packs lustige sachen und jetzt aber gehen wir noch mal wartet wo war das noch mal damit ich mich nicht so jetzt sind wir hier profil ich bin jetzt auf mein profil gegangen und sehen dann hauptsächlich also das ist so die hauptübersicht dann haben wir level entsperren was erwartet uns als belohnung für das nächste level dann haben wir zum beispiel aufprallgranate sprengstoff bildchen also sie bekommt schon jedes mal so kleinigkeiten bekommt ihr schon immer wieder dazu waffen fortschritt hier wird es interessant hier wird sehr interessant weil ihr könnt wirklich jede waffe level 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 und zwar bis der arzt kommt und das geht sehr sehr langsam dann haben wir noch statistiken gespielt auf dem account gerade 12 todesfälle 133 todesfälle 127 24 also eine kd von 1,07 ja mein gott das interessiert mich nicht so sehr und prestige ihr aus anderen spielen bekannt gibt es auch noch also demnächst aber es ist schon mal vorgebaut damit die leute wissen hey es wird auch sowas geben dann habe ich hier zum beispiel pokens die ich mir freigespielt habe 15 minuten mehr xp 15 minuten waffen xp eine stunde waffen xp ok aber das sind ja nur dreimal einmal und dann komme ich zu open pack oh cool ich habe zehn mal xp und ich kann es öffnen ja für 99 dollar eine stunde zehn mal also zehn stunden 99 dollar jetzt muss man noch mal zurückgehen und über also gedenken wenn der entwickler schreibt no loot boxes no money pulling mecha no advertisement complete at three no advantage for paying users everyone's equal wenn es keinen kein vorteil bringt dann wieso verkauft man sowas natürlich bringt das ein vorteil weil man so schneller die level zum beispiel im battle pass schafft 100 level wisst ihr wie viele stunden man dafür braucht um 100 level den battle pass durch zu jagen und wenn man die bewertung sich zum beispiel auf android vor allem da sind ja viele 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 die haben auch übrigens auch ein discord mit über 100.000 membern durchliest diese bewertung dann wird klar dass die leute das auch wirklich sehr viel spielen und sehr viel spaß daran haben das ist ja auch völlig okay aber in einer gesellschaft im 21 jahrhundert ist das wirklich wie eine reine abzocke weil xp zu verkaufen dass ihr schneller levelt schneller eure waffe der wird schneller euch levelt oder zum beispiel auch hier zum beispiel um den battle pass schneller zu aktivieren also ihr habt drei mögliche aktivierungs möglichkeiten das heißt das sind dann schon drei dollar für drei stunden drei euro für drei für zehn stunden drei dollar für zehn stunden wenn ihr alles leveln wollt und selbst wenn ihr nur euren battle pass leveln wollt was ihr wahrscheinlich dann als kein hardcore mobile oder steam user machen werdet dann wird das schon ganz schön in die tasche gehen und dann ist das wirklich immer ein euro wie in der slot machine immer reinwerfen in die automaten immer reinwerfen und auf einem mobile device wo man da nur mit dem fingerabdruck jedes mal im app store einfach nur frei gibt schon krass dafür lohnt sich das spielerlebnis kein stück ein stück dann liebe kinder erwachsene außerirdische und ältere kauft euch ein steam deck latscht euch counter strike drauf was kostenfrei ist oder die fordress 2 oder was auch immer es gibt shatter line als beispiel weil die vielen anderen tausend anderen pc spiele und spielt das ich weiß ich verstehe dass jan handy hat man immer dabei da kann man darauf zocken auch während der pause oder sonst irgendwas hat während der uni auch gemacht counter strike lernen während des matheunterrichts der alten zeiten aber gibt nicht dafür geld aus es ist jedem selbst überlassen was damit seinem geld tut das ist natürlich klar bei mir genauso aber dafür für xp ist das ist die schlechteste art und masche also dann lieber loot boxen ehrlich ehrlich das ist da hat man ja wenigstens überraschungs und aha moment das ist ja wirklich nur ich muss ich habe jetzt geld dafür bezahlt ich muss zocken weil ansonsten verfällt es ja das ist ja noch der zweite psychologische aspekt also das scheiße richtig scheiß gut wir haben uns jetzt alles von dem spiel angeguckt was es zum angucken gibt wie gesagt es ist eine katastrophe dass das spielen mit anderen spielern die nicht auf pc spielen stattfindet weil es ist nicht gleich für alle warhammer dark tight also warhammer 40k dark tight ist zum beispiel das beste beispiel dafür dass sobald man crossplay mit dem letzten patch aktiviert ist das spiel gefühlt jeden mit dem ich spiele und den wir das auch zusammen gespielt haben und gefragt haben fühlst du das auch sagt das spiel ist langsamer geworden also gefühlt ist das gunplay das gameplay das bewegungs das movement alles irgendwie langsamer geworden damit es an die konsolenspieler ran reicht die sind langsamer das ist nun mal so die sind viel langsamer außer es geht um spiele die wirklich die kampfspiele oder sowas das ist da ist man natürlich mit dem controller viel schneller aber nicht bei shootern außer man geht immer so in der linie und einfach nur rechts links dann ja aber nicht wenn man mehr machen muss das ist fakt ist keine meinung und genauso hier ist das ja genau das gegenteil ich als pc spieler bin genauso schnell wie die auf den meinetwegen auf einem iphone oder samsung galaxy oder was auch immer ihr da habt zum spielen aber die spielen mit meiner geschwindigkeit also ich bin der schnellste im team ich werde nicht runter getickt auf deren geschwindigkeit sondern die spielen auf meiner geschwindigkeit und wollte also möge der erste der hand hochheben der der meinung ist er ist genauso schnell auf einem handy wie ich mit maus und tastatur locker hier im stuhl sitze vorm tisch klimatisiert und er da auf einem kleinen display never ever never ever keine chance und somit ist das spiel nur relativ fair ich finde es ein stück fair allein durch die loot mechanik und eben durch die spielmechanik und von der hitbox und waffen reichweite egal ob ihr eine shotgun ein scharfschützengewehr oder eine pistole in der hand habt das ist völlig latte das ist völlig egal und jetzt nochmal das spiel ist ultra erfolgreich geworden und wer weiß wer das entwickelt hat wie das entwickelt worden ist aber man muss nicht überall geld reinstecken in jedes produkt da gibt es auch schon echt coole andere sachen ich meine klar lieber den einen euro hier reinstecken als zum beispiel zigaretten kaufen bin ich voll d'accord macht das dann ist das das ist gesünder auf kurze sicht auf lange sicht ist beides nicht so gesund aber ja das war mein wort zum sonntag ich hoffe es konnte ansatzweise was mitgenommen werden und es hat euch ansatzweise dieser ausblick in das in das spiel combat master gefallen in anführungszeichen und ihr konntet was mitnehmen wir sehen uns dann auf jeden fall gleich zu den gameplay elementen da ohne labern sondern einfach nur zeigen und zu einem anderen nächsten video oder ihr schaut eines der anderen videos auf dem kanal oder auf dem zweitkanal da sind ja jetzt schon so viele videos angelaufen und vielleicht gefällt euch da was von vielen dank fürs zuschauen für die mühe sich das video anzugucken für die geduld und bis dahin euer exokon mal dem We're going to be on our side. Enemy down. Killed. Barget eliminated. Killed confirmed. Well done. Attack. Tango down. Tango down. Tango down. Tango down. Killed confirmed. Killed confirmed. Enemy down. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. 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 Go, go, go. 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 Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go.